Ihr könnt sehen, wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Die Fläche holen es! Ja, sehr stark! Ich bin der Dealer, ich bin der Dealer, ich bin der Dealer. Ich bin der Dealer. Ich bin der Dealer, ich bin der Dealer, ich bin der Dealer. 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 Ich bin der Dealer, ich bin der Dealer, ich bin der Dealer. 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 Ich bin der Dealer. Ich bin der Dealer. Dann sagen wir das gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage. Je mehr man bestellt, desto günstiger ist der Preis. Welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also, wie gesagt, dann müsst ihr einfach ein Angebot anfragen, ich werde natürlich eine »E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen.« Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Drehflip, 50-50, Digga, rede nicht, sag mir, wer ist dein Dealer, ey, sag mir, wer ist dein Dealer, oh, ich fäng mit OG dem Pop.